Wir fangen an mit das, was in aller Munde ist, ChatGPT. Und was machen Ingenieure, wenn sie Geld bekommen? Sie kaufen irgendwelches technisches Zeug. Das kostet Geld. Und wenn etwas Geld kostet, dann weint irgendwo und saugt ein Geschäftsführer, weil er dafür bezahlen soll. Also wenn Sie versuchen, die letzte Tasse noch in Geschirrspülereien zu quetschen, dann spielen Sie Geschirrspüler-Tetris. Und übrigens habt ihr verstanden, dass jemand hier für sich entdeckt hat, wie man Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt. und Sie gucken, wer in den Drahn Debbie kaputt hat. Vielen Dank.